Kommt es zum Todesstoß für die gesetzliche Rente, wird der Generationenvertrag mit der Neuregelung des Rentenreformpaketes 2 aufgekündigt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, in der Wirtschaftswoche gibt es einen interessanten Beitrag vom 21. März 2024 unter der Überschrift gesetzliche Rente der Todesstoß für den Generationenvertrag. Und da geht es darum, dass zum 1. Juli ja die gesetzliche Rente um fast 5% steigen soll, also 4,57%. Und um die Rente weiter aufzupolstern, plant die Bundesregierung einen Eingriff und beendet nebenbei den Generationenvertrag. So behauptet es zumindest der Kommentar dieser Zeitschrift oder dieser Online-Zeitung. Und 4,57% Rentenerhöhung, ja, ich habe mir natürlich mehr gewünscht für Sie, das ist ganz klar. Also wer jetzt zum Beispiel 1.550 Euro monatlich Rente bekommt, erhält ab Juli 1620,84 Euro. Das entspricht etwa einem Niveau einer durchschnittlichen Rente von Versicherten mit rund 45 oder mit 35 Arbeitsjahren. Große Sprünge sind dabei natürlich nicht drin, das ist ganz klar. Ja, so allerdings dürfte nach Ansicht der Wirtschaftswoche die Renten nicht stärker steigen, als es das Rentensystem verkraften kann. Kern der umlagefinanzierten Rente, das ist auch ganz klar, ist ja so, dass wir ein bestimmtes Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern haben müssen. Und das ist der sogenannte ungeschriebene Generationenvertrag. Also alle, oder Teil des Generationenvertrags, alle dürfen darauf vertrauen, dass sich jede Generation beteiligt. Und das funktioniert natürlich nur, wenn die Lasten, gebe ich auch der Wirtschaftswoche recht, fair verteilt sind. Ja, und jetzt kommen wir natürlich trefflich und streiten, seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, also im Jahr praktisch im 19. Jahrhundert oder 20. Jahrhundert vom letzten Jahrhundert, war ja ganz klar, dass wir ein Demografie-Programm bekommen. Und alle Bundesregierung, alle bis aktuell auch die laufende Bundesregierung, haben nicht reagiert. Wir hätten damals schon eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung einführen müssen, auch auf dem Boden der Bundesrepublik. Wir hatten die in der ehemaligen DDR. Das wurde ja alles eingestampft. Man war ja immer der Meinung, dass das gesamtdeutsche Rentensystem besser wäre, als das, also vom Aufbau her besser wäre, als das, was es in der DDR gegeben hat. Und das war ein ganz, ganz großer Irrtum, denn wir hatten nämlich in der ehemaligen DDR, ich kann Ihnen das sagen, ich komme nämlich daher, eine einheitliche Rentenversicherung. Und da haben alle eingezahlt. Natürlich waren die Renten nicht so hoch wie jetzt, das ist klar. Und das Gesamtsystem war ja nun auch nicht gerade lustig, aber trotzdem, wir hatten eine einheitliche Rente. So, und die Bundesregierung plant mit ihrem Rentenpaket 2 einen ganz schweren Eingriff in diesen Generationenvertrag, so behauptet es zumindest die Wirtschaftswoche. Ja, sie will den Nachhaltigkeitsfaktor faktisch außer Kraft setzen. Und zwar deshalb, weil die Bevölkerung ja altert und in den nächsten Jahren gehen ganz, ganz viele Leute in Rente, ja, die Babyboomer. So, und dieser Trend ist vorhersehbar und ist auch berechenbar. Und das Rentensystem lebt ja nicht nur von Lohnsteigerungen, ist ja logisch, ja, sondern auch von immer mehr, also auch von Beitragszahler. Also wir brauchen immer mehr Beitragszahler. Und wenn das Bevölkerungswachstum zum Beispiel so wie es jetzt ist, rückläufig ist, na dann sieht es natürlich mit der Demografie richtig blöd aus. Aber das wissen wir ja schon seit 50 Jahren, ja, und nicht erst heute, liebe Wirtschaftswoche. Das hättet ihr auch mal schreiben müssen. So, und verschlechtert sich das Verhältnis der Beitragszahler zur Rente, steigt natürlich die Rente weniger. Das heißt also, die Einkommensentwicklung der Beitragszahler wird dann sozusagen runtergerechnet um den Nachhaltigkeitsfaktor. Und für das Jahr 2024, die Rentenerhöhung, hatten wir ja einen Abzug der an sich höheren Rentenerhöhung um 0,16 Entgeltpunkte. So, und jetzt macht natürlich die Bundesregierung Folgendes, die sagt, wenn der Nachhaltigkeitsfaktor so groß steigt, dass wir ein Rentenniveau erreichen, welches unter 48% liegt, wird das Rentenniveau automatisch auf die 48% angehoben. So ist es im Rentenreformpaket faktisch geplant. Das heißt also, dieses Rentenniveau setzt die Rente nach 45 Arbeitsjahren beim allgemeinen Durchschnittseinkommen ins Verhältnis zum allgemein aktuellen Durchschnittsverdienst. Und dieses Rentenniveau ist festgeschrieben auf 48%. Und wenn das Rentenniveau unter 48% sinkt, wird de facto die Rentenerhöhung trotzdem höher gesetzt, als es an sich sein dürfte. Wir haben ja da den Abzug dieses Nachhaltigkeitsfaktors. Das heißt also, im Grunde genommen wird dann die Rente nicht deutlich weiter gesenkt, sondern so hoch gesenkt, dass wir praktisch im Grunde genommen auf einem Rentenniveau von 48% liegen. Und das, meine Damen und Herren, ist in der aktuellen Rentenerhöhung auch schon passiert. Ja, also wenn man sich das mal genau durchliest, was das BMAS dort geschrieben hat, dann haben wir genau diese Situation. Also, meine Damen und Herren, ich würde es mal nicht ganz so drastisch sehen wie die Wirtschaftswoche, dass es hier einen Todesstoß gibt für die Rentenversicherung oder dass es einen Todesstoß gibt für den Generationenvertrag. Aber es ist natürlich ein Riesenproblem und das können wir letzten Endes nur lösen, indem wir eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung schaffen, wo alle einzahlen. Und ja, es wird wohl so sein, dass auch das möglicherweise schon nicht mehr ausreicht, um die Probleme, die jetzt auftreten, noch lösen zu können. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.